Dass da gleich für Abschleppzwecke eine andere Farbe rund um den Kurs vonnöten sein wird. Das war der Versuch, an Lerim Zendeli vorbeizugehen. Tja, und aus dieser Kameraeinstellung war es mal überhaupt nicht zu erkennen, ob da jetzt Morsen so früh die Türe zugemacht hat oder ob ihm Zendeli einfach keinen Platz gelassen hat.